Hey, hallo allerseits! Ich bin Fando, ich spiele Gems of War und heute zeige ich euch meine Top 10 aller epischen Einheiten. Ich bin leider stimmlich etwas angegriffen, aber nichtsdestotrotz wollte ich auf jeden Fall dieses Video machen. Denn gerade wer neu im Spiel ist, der überlegt sich manchmal, ob die Einheit die er gerade gefunden hat, ob die denn überhaupt was taugt. Vielleicht sogar auch längerfristig. Soll ich also Seelen dafür ausgeben, um sie hochzuleveln? Soll ich vielleicht sogar Steine reinstecken, um sie aufzuwerten? Also sind Einheiten gut, sind Einheiten schlecht, ist gar nicht so leicht zu bewerten, gerade am Anfang. Für die, die schon länger spielen, für die ist es vielleicht auch ganz interessant, wie ich so die Dinge sehe und die dürfen mir gerne in den Kommentaren schreiben, dass sie etwas vielleicht anders sehen oder ganz meine Meinung sind oder wie auch immer. Also lasst uns darüber austauschen, welche epischen Einheiten besonders gut sind. Und das hier ist meine Top 10. Ich fange mal an, ins Detail zu gehen. Erstmal, wie habe ich überhaupt gesucht? Natürlich nach Basis-Seltenheit. Und dann habe ich hier einfach gewartet, bis die epischen kommen. Und alle die, die ab Arimas hier jetzt kommen, sind die epischen Figuren. Ja, welche davon sind sinnvoll? Meine Top 10 fängt mit der Spitze an. Auf Platz 1 sind mehrere Einheiten. Ja, mehrere Einheiten, die aber quasi alle dasselbe machen. Das möchte ich kurz erklären. Wenn ihr hier bei der Suchmaske eingebt, bemächtigt, dann kommen alle diese Einheiten hier. Und die, die davon episch sind, zum Beispiel der Gimlet. Episch erkennt man immer daran, dass hier Basis-Seltenheit dann auch sehr episch steht. Und Gimlet ist stellvertretend für alle die, die eben bemächtigt sind und Farben, also eine Farbe, in eine andere umwandeln. Nämlich in dem Fall alle Grünen in Braun. Und dann das andere lasse ich jetzt mal weg. Hier steht bemächtigt, startet den Kampf mit vollem Mana. Mir ist durchaus bewusst, dass wenn ihr noch relativ neu im Spiel seid und ihr so eine Karte habt, dass ihr sie noch nicht gleich hier in den Eigenschaften hochsetzen könnt. Aber diese Karten sind langfristig die Karten, die ihr auch bis zum Endgame verwendet werdet, weil sie von Anfang an sofort mit vollem Mana starten und der Zauber gleich ausgelöst werden kann. Die sind also unfassbar wertvoll. Und das ist eben nicht nur Gimlet, sondern eben der Grabseher. Der verwandelt Grün in Lila. Dann haben wir Lamashtu. Gelb in Lila. Mercy. Lila in Gelb. Dann das Mondkaninchen. Blau in Gelb. Dann den Skorbut Seehund. Grüne Edelsteine in Blau. Taipan. Braune Edelsteine in Rot. Und die Tochter des Eises. Rote Edelsteine in Blau. Alle die sind Platz 1. Also total wichtig, total wertvoll. Wenn ihr die habt, die werdet ihr lange gebrauchen können. Kommen wir zu Platz 2. Platz 2 ist so wie es sein sollte auch nur eine Figur. Meine zweitwichtigste epische Einheit ist Rowvan. Rowvan fügt allen Feinden 26 Streuschaden zu, was ja noch nicht so viel ist, aber verstärkt durch meinen Rüstungswert. Also so eine Schadensverursacher, die skalieren können, die sind enorm wichtig. Und Rowvan werdet ihr auch noch bis zum Schluss des Spiels immer im Team haben können. Rowvan ist einfach klasse, weil sie unfassbar viel Schaden macht. Denn wenn ihr eure Rüstungswerte verbessert und den Wert auf unendlich hoch bringt, dann macht sie unendlich vielen Schaden. Die Eigenschaften sind bei ihr nicht so wichtig zu entwickeln. Deswegen Rowvan benutzen und gucken, wie könnt ihr den Rüstungswert stärken, dann wird sie immer noch besser. Rowvan bekommt ihr übrigens, wenn ihr die Questreihe gespielt habt aus dem Königreich Wald der Dornen. Dann ist sie als Belohnung dabei. Okay und meine nächste Einheit, meine drittplatzierte ist Erwin. Auch Erwin bekommt ihr, wenn ihr die Questreihe, diesmal natürlich die aus Pantal erledigt. Einfach auf dem Weg eures Spiels sozusagen. Erwin macht vor allen Dingen unheimlich viel Schaden. Zerstöre eine Reihe und eine Spalte und damit sorgt er auch für Mana. Beides zusammen ist selten und deswegen sehr wichtig. Und der viele Schaden, von dem ich gesprochen habe, der kommt daher, das fügt einem zufälligen Feind 28 Schaden zu, er das verstärken kann durch zerstörte gelbe Edelsteine. Das heißt, habt ihr in der Reihe und in der Spalte, sagen wir mal noch 3 gelbe, dann kommen noch 21 Schaden dazu, denn die Verstärkungsrate ist mal 7. Also für jeden gelben Edelstein 7 Schadenspunkte dazu. Wenn jetzt sagen wir mal, ihr 3 gelbe drin habt, 21 plus 28, in meinem Fall, das ist bei euch sicherlich noch nicht so hoch, dann fügt ihr eine Menge Schaden einfach zu und je mehr gelbe, desto mehr Schaden. Außerdem beschwört ihr am Anfang des Kampfes einen Lichtsturm, das heißt also, dass besonders viel gelb nachfallen wird, wenn ihr den Edelsteine abräumt. Also, Erwin Nummer 3. Nummer 4. Vielleicht wird das manche überraschen, aber für mich Nummer 4. Ragnagord. Warum? Das ist ein reiner Mana-Generator. Er lässt 21 zufällige Steine einer gewählten Farbe explodieren. Ihr könnt auswählen, welche Farbe explodieren soll. Natürlich die Farbe, wo die Steine entweder besonders gut verteilt sind oder die Steine, die es halt einfach am meisten gibt. Und die lässt er dann explodieren, das heißt, er räumt quasi fast das gesamte Feld ab. Außerdem startet er, wenn ihr das entwickeln könnt, mit 50% Mana. Das ist nicht so unbedingt wichtig. Also, Ragnagord, derjenige, der Mana für euch sammeln wird und deswegen unheimlich wertvoll ist. Und auf Platz Nummer 5 kommen wieder mehrere Einheiten, weil ich sie sehr gut zusammenfassen kann zu einer Gruppe. Die Gruppe ist nämlich, das sind Goblins. Und zwar fängt das ab dem Höllengackerer an, die epischen Einheiten. Und zwar gibt es da vier Goblins, die zusammen quasi nicht gehören. Sie müssen auch nicht unbedingt zusammenspielen, aber sie passen ganz gut. Und das ist einmal Noband Brothers, die Noband Brüder auf Deutsch, Prinzessin Fitzbank, wenn man das deutsch sprechen will, Fitzbank. Und dann haben wir den Sehnenfiedler, den will ich mal etwas genauer noch erklären. Er lässt einen Feind verstummen und sechs Edelsteine seiner Manafarbe explodieren und kriegt einen Extrazug. Extrazug kriegen alle Goblins, das ist immer das Besondere bei den Goblins, die kriegen alle einen Extrazug. Und der lässt eben noch einen Feind verstummen. Das heißt, dass der Feind kein Mana sammeln kann und kein Zauber sprechen kann. Wenn er an Position 1 ist, kann er sehr wohl noch Schädelschaden ausführen, aber kein Zauber dazu sprechen. Und dann sammelt er noch Mana. Außerdem hat er dann noch, dass er am Anfang des Kampfes einen grünen Sturm, also einen Blättersturm, fabrizieren kann. Allerdings nur, natürlich, wenn er aufgewertet ist in den Eigenschaften, also die dritte Eigenschaft freigeschaltet ist. Und dann der vierte Goblin, der noch wichtig ist, Goblin Schamane, der erschafft auch grüne und natürlich einen Extrazug, wie die alle auch. Bei ihr ist es so ein bisschen ein Entweder-Oder, was sie macht. Auch der Noband Brother hat so ein Entweder-Oder drin, trotzdem beide recht gut. Gerade für epische Einheiten. Diese vier Goblins sind wichtige Goblins. Alle anderen sind, naja, nicht mehr ganz so gut. Vielleicht noch Sir Rotshelm, weil er einen Feind webt und einfesselt. Vor allen Dingen den ersten natürlich, den ersten Gegner fesselt, damit er keinen Schädelschaden machen kann. Aber ja, diese vier Goblins stellvertretend sind Platz Nummer 5. Und jetzt bei Platz Nummer 6, finde ich, gibt es so langsam einen Abstand. Also jetzt Platz 6 bis 10 sind für mich Einheiten, die nicht mehr natürlich zu den Top 5 gehören. Die habe ich jetzt durch, aber trotzdem sehr wertvoll sein können. Und da fangen wir mal an mit wieder einer Zusammenfassung, nämlich fast jeder Troll. Trolle sind immer besonders gut im Mana generieren. Ich stelle mal stellvertretend den Waldtroll hier vor, verdoppelt die Anzahl der grünen Edelsteine auf dem Spielfeld und erschafft danach noch drei grüne weitere. Also der schafft es in der Regel, wenn man mindestens zehn, am besten, naja, ab zwölf oder so grüne Edelsteine hat, dass das gesamte Spielfeld fast schon grün ist und du auf jeden Fall am Zug bleiben wirst, weil du ganz viele Vierer, Fünfer bekommst. Außerdem fesselt der noch beim Zufügen von Schädelschaden, also reduziert Schädelschaden als Nummer 1, als Blocker sehr gut. Der Steintroll macht dasselbe mit Braun. Auch der ist gut an erster Position, weil er Schädelschaden reduziert. Natürlich immer nur, wenn ihr die Eigenschaften frei habt. Und dann gibt es so Trolle, der verdoppelt Blau, die mehrere Edelsteinenfarben kreieren, nämlich zum Beispiel eine Mischung aus Rot und Braun, die der Anzahl der Roten und Braunen entspricht. Auch der hat reduzierten Schaden durch Schädel. Die sind alle quasi gleich oder ähnlich. Und deswegen dachte ich mir, das ist eine gute Kategorie. Alle diese Trolle hier, die sind durchaus wertvoll und können euch gute Dienste leisten. Platz Nummer 7 ist... Ähm... Ups... Gibt es nicht. Platz Nummer 7 ist verbannt worden. Moira ist deswegen an Platz Nummer 7, weil sie etwas kann, was normalerweise keine epischen Figuren können, sondern nur legendäre, nämlich Edelsteine in Totenschädel oder in Schädel umwandeln. Das kann sie und damit baut man sich dann ein Team zusammen, was halt Schädelschaden erzeugen will. Und da ist sie eine der wenigen, vielleicht sogar die einzige epische Einheit, die das kann. Grüne Edelsteine in Totenschädel umwandeln und noch Schaden machen. Sie hat deswegen dieses, wenn er ein Boss ist, verursache dreimal Schaden. Das gibt es auch für, wenn er ein Turm ist und so weiter, weil sie mal eine Event-Einheit war. Und das bei denen eben so ist. Aber die kann man sehr gut auch sonst einsetzen. Wandele grüne Edelsteine in Totenschädel um, damit erschafft sie Schädel. Und das können normalerweise nur die legendären Figuren. Nach Moira, Platz Nummer 8, ist... Lord Glut. Lord Glut verwandelt eine gewählte Mana-Farbe in Rot. Müsst ihr natürlich in einem Deck spielen, wo ihr viel Rot braucht, logisch. Aber verwandelt eine gewählte Mana-Farbe. Super, weil man ja immer versucht am Zug zu bleiben. Und wenn man sieht, dass, sagen wir mal, es gibt zwei Rote, dann kommt ein Blauer und wieder ein Rot. Dass es ein Vierer ergeben wurde, wenn man den Blauen in Rot verwandelt, dann macht man das. Man kann sich also die Farbe aussuchen. Damit erschafft er sehr, sehr viel Rotes Mana und ihr habt sehr viel Kontrolle über das Board. Also Lord Glut wichtig. Kann man auch eher an erste Position setzen, weil er drei auf alle Werte da kriegt und reduzierten Schaden hat, wenn ihr die Eigenschaften frei habt. Lord Glut ist jemand, den ihr später noch verwenden werdet, aber nicht mehr im Endgame. Da sind wir jetzt auch schon bei Lord Glut. Vielleicht auch Moira, sie vielleicht manchmal schon, aber Lord Glut langsam nicht mehr. Trotzdem ist er natürlich für das mittlere Spiel sehr, sehr wertvoll. Ja, Lord Glut. Und auch die nächste Position, Platz 9, die Grünseherin, wandelt wieder Mana um. Macht im Prinzip dasselbe. Verwandelt eine gewählte Mana-Farbe nur in diesem Fall in Grün. Und fesselt einen zufälligen Feind. Das wäre natürlich toll, wenn das der erstplatzierte Gegner wäre, aber weiß man ja nie. Ist ja zufällig. Also sie macht quasi auch das. Man hat mit ihr sehr viel Kontrolle über das Board. Auch sie wird noch im späteren Spiel verwendet, aber vielleicht nicht mehr im Endgame. Da gibt es einfach dann andere, die das besser beherrschen. Wie zum Beispiel die ganzen Bemächtigten, die eine Farbe verwandeln. Und dann habe ich am Schluss der Top 10 nochmal eine Figur mit Theraxis, die das auch nochmal kann. Also sie verwandelt blaue Edelsteine in braune und fügt allen Feinden 17 Schaden zu. Das ist ja eine Menge. Bei vier Feinden, wenn die dann noch da sind, sind das 68 Schaden. Habe ich richtig gezählt? Ja, ich glaube schon. Und verwandelt halt dazu noch in blaue, in braune. Und damit wird auch noch die Wirkung gesteigert. Also der macht auch eine Menge Schaden. Außerdem erhält man bei ihm rotes Mana zusätzlich, wenn man rote Edelsteine kombiniert. Also auch ziemlich gut noch. Bis zum Endgame vielleicht dann langsam nicht mehr. Aber der lohnt sich auch, den im Team zu haben und mit dem zu spielen. Kurz noch eine Anmerkung. Alle Figuren, die ich hier verwendet habe, kommen nicht aus der Unterwelt. Das heißt, ihr könnt sie ganz normal so bekommen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Wenn ihr jetzt denkt, ja Moment mal, da gibt es ja noch sowas wie zum Beispiel die Harpier, also Harpienmagier. Nee, Moment, Harpienmagier hier, die sehr, sehr gut ist, so ähnlich wie Ragnagord, lässt auch das gesamte Feld explodieren, erschafft dazu noch Sturm. Aber sie kriegt man halt im Tempel des Steinlides. Und das ist in der Unterwelt. Und ich wollte mich erstmal nur beschränken auf die Einheiten, die es nicht in der Unterwelt gibt. Ja, das war also meine Top Ten. Ich will trotzdem noch ein bisschen weitermachen, denn ich will euch noch ganz schnell ein paar Einheiten vorstellen. Das geht schnell der Schattenjäger nämlich. Fügt dem gesündesten Schaden 25 Schaden zu und verstärkt wird das durch das Leben aller Gegner. Wenn ihr gegen höhere Gegner spielt, ist der sinnvoll einzusetzen. Punkt 1. Dann haben wir die Stolze Wache. Die Stolze Wache fügt einem Feind 23 Schaden zu, verstärkt durch die Rüstung aller Verbündeten. Also auch das skaliert wieder. Deswegen schon ganz gut, aber halt nur einem Feind 23 und die Verstärkungsrate ist auch nicht so gut. Gut, aber das wäre auch noch eine Einheit, die okay ist. Dann will ich noch kurz auf den Gesalbten gehen. Der Gesalbte erhält 19 Attacke und Leben und wandelt Grün in Rote um, um die Wirkung zu verstärken. Den an Position 1 zu setzen, könnte gefährlich werden, weil er keinen Schutz hat. Aber auf der anderen Seite 19 Attacke und Leben macht ihn zu einem wertvollen Schädelschaden Verursacher. Und dann als letztes noch die Schimmerschuppe. Auch die Schimmerschuppe verwandelt Braune in Rote. Warum sie nicht bei den ganz wichtigen am Anfang dabei war, ist einfach, weil sie hier nicht bemächtigt hat. Sie startet also nicht mit vollem Mana. Und ehe man das dann einsetzen kann, ist es vielleicht schon, na ich will nicht sagen zu spät, aber trotzdem, mit ihr kann man durchaus auch was anfangen. Also die paar wollte ich euch noch nennen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Also meine Top 10 ist ziemlich klar, Top 1 die bemächtigten Edelstein-Umwandler, anstelle Nummer 2 Rovan, dann kommt Elwyn, dann kommt Ragnargaard, dann kommen die Goblins und dann die Trolle. Und dann wird es langsam nicht mehr ganz so wichtig und spannend. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter. Ihr habt jetzt eine Ahnung, welche Figuren ihr von den Epischen her verwenden könnt. Habt ihr noch Fragen, Kritik, Anregungen oder ähnliches? Zum Beispiel, ihr habt eine Einheit bekommen, die ich nicht erwähnt habe. Ist sie tatsächlich so schlecht? Fragt mich. Entweder ihr könnt mich im Spiel direkt im öffentlichen Chat öfter mal sehen, da könnt ihr mich fragen. Oder ihr könnt auch einfach in den Kommentaren eine Frage reinstellen, wie ich das sehe. Also nur zu. Vielleicht habe ich irgendwas auch vergessen oder übersehen oder wie auch immer. Also nehmt einfach Kontakt zu mir auf. Ich versuche alles so weit zu beantworten, so ich es dann kann. Das waren jetzt meine persönlichen Einschätzungen der epischen Figuren. Natürlich sieht das jeder immer noch so ein klein bisschen vielleicht anders. Aber ich glaube, da könnt ihr euch zumindest am Anfang erstmal ein bisschen dran ausrichten. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich euren Freunden und Gildenmitgliedern weiterempfehlt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haltet Ausschau nach dem Video mit den Top 10 legendären Figuren. Das wird demnächst auch kommen. Ja, und dann sehen wir uns einfach bei einem der nächsten Videos. Bis dann, euer Fando. Ciao, ciao.